Guten Tag, heute erzähle ich euch mal was zur VGH Cyberversicherung. Ich finde es ja völlig cool, dass es sowas überhaupt gibt. Bestimmt haben viele von euch letzte Woche bei der Cyber Week fleißig im Internet bestellt. Da gab es ja überall Schnäppchen, aber halt eben auch vermeintliche Schnäppchen. Doch was passiert eigentlich, wenn das Bestellte nie ankommt? Es gibt so viele Fake Shops im Internet, die auf den ersten Blick täuschend echt aussehen. Und ich bin da ehrlich gesagt auch schon drauf reingefallen. Oder du bekommst irgendwelche Sendungsbenachrichtigungen per SMS, obwohl du bei dem Shop gar nichts bestellt hast. Was passiert eigentlich, wenn du doch da anklickst und deine Daten eingibst? Oder als Musiker, wenn aus dem Nichts deine Rohdaten, deine Tonspuren geklaut werden? Das klingt jetzt wirklich absurd, ist aber im Verborgenen schon mehrfach passiert, wenn du dann mit der Veröffentlichung erpresst wirst. Für all diese Fälle und noch viel mehr gibt es die Möglichkeit, sich mit einer Cyberversicherung zu wappnen. Dieses Thema ist wie im Rechtsschutz sehr umfangreich und sehr komplex. Deswegen ist es ratsam, mal ein VGH-Büro in der Nähe aufzusuchen und sich von einer Beraterin oder von einem Berater gute Tipps geben zu lassen. Also schaut da mal vorbei. Ganz liebe Grüße von mir. Und zu guter Letzt, seid bitte lieb zueinander. Es ist nämlich eigentlich ganz einfach, kein Arschloch zu sein. Bis dann. Ciao. .